Hey Potter, hast du wohl keine Freunde mehr, weil du den ganzen Tag vorm PC sitzt? Warum kletterst du zur Abwechslung nicht mal auf dem Baum? Richtig coole Kinder machen das nämlich, so wie ich. Und wenn du noch cooler bist, springst du einfach so runter. Guck, hui. Mein Fußgelenk tut fast gar nicht weh.